Und ich habe euch für euch jetzt einen gesellschaftskritischen Rap gemacht über Helikopter-Eltern. Und den singen wir jetzt alle gemeinsam. Ich sag's gleich, wenn ein einzigster von euch mitsingt, ein Lied noch einmal. Und noch einmal. Das heißt Boba noch du, oder? Wenn du jetzt nicht mitsingst. Ich habe Tücher zusperren lassen, müssen alle wegen der Länge da bleiben. Ich sag's ja. Wir können es auch fünf Millionen Mal singen. Also ich sehe euch alle im ganzen Raum. Damit ihr alle mitsingen könnt, erkläre ich euch dem Lied. Und zwar machen wir zuerst ein Reparat. Reparat geht so. Ich mach Reprem vor und ich mach's Reprem fertig. Den Wohl von ihren Kindern ist ihr höchsten Gut. Den kümmern sie ständig um ihren... Brut stimmt, oder? Was tut das, Ruth? Oder was? Gut, Ruth, oder? Aber wenn du schon mal da warst, dann halt die Pappen, okay? Weil normalerweise weiß das niemand, okay? Warte, kommst du bitte immer? Auch zu mir, oder? Und so, oder? Alles sagen immer Hut und so, aber Brut stimmt, oder? Brut, oh gut, oder? Du weißt schon, oder? Ja, wenn, rückverlachen. Das hättest du von Anfang mal machen sollen, oder? Ja. Ja. Ja.